Hallo und Herzlich Willkommen zur neuen Folge 1119 auf der Bergisch Land. So, wir machen weiter mit unserem Ungrad Bekämpfung. Mal gucken, ob das alles so passt, wie es passen soll. Das sieht aber gut aus. Ich gehe gerade in die Farbverwechslung in die Software sprüht, aber bei mir sprüht er gerade alles. Und rot ist das, wo er ausschaltet. Habe ich das jetzt verstanden oder bin ich da fehlinformiert? Guck mal, da haben wir jetzt, ob da oben noch eine Stelle, die nicht ganz so tibitoppi ist. Guck mal, was denn? Der Stückchen GBS hat. Das kann nur Stückchen rüberformen. Der Stückchen GBS hat. Mir passt es soweit. Bis heute wieder richtig bin. Jetzt wird es ein bisschen blöd hier, weil ich einfach nicht sehe, wo ich Dreck habe und wo ich noch nicht habe. Aber wenn noch nichts gewachsen ist, hast du den Vorteil, du siehst es, indem es herrer wird wieder. Hier sehe ich jetzt halt nicht wirklich was. Ein paar Schiebfahrten ist gerade aber macht nichts. Und dann sollte es passen. So. Wie das. Wie das. Ich sehe es aber nicht gerade jetzt den Winkel. 106 Grad. Fast so. 106. 106. 106. 87. Und das sind die Zähne. 106. Die drüge Grunde. Und das ist ja nicht alles. 109. 127. was schickte war oh nie weit genug So stehen lassen? Egal. So, jetzt hier. Ich brauche die Stelle zu, die noch fehlte. Fast erreicht. Aua, ach mein. Ich brauche die Stelle zu, die noch fehlte. Ich brauche jetzt so. Als nächstes kommt der GPS auf dem Kasten. Pro 170,90. Ich brauche die jetzt hier. Ich brauche das 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 hier. Wenn du nicht siehst, wo das Zeugton ist und wo es noch nie ist. Ich brauche das hier. Ich brauche das hier. Total schief. Ganz aber ohne nach irgendwelchen Reihen gehen, weil das hier wirklich schief ist. Wenn wir es gerade ausgeschüttet sind. Unter 12. Das sind noch nicht genug. Ich würde sagen 120. Das wird ein Kampf mit dem Feld. Wie vernünftig habe. Haben wir das so schiefgefahren? Ja, ja. Das ist ein Kampf mit dem Feld. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Egal, versucht das Feld so gut wie es geht hinzubekommen. Mehr kann ich nicht machen. Ich bin schon mal oben bei Feld 4, das lässt sich schon mal ordentlich schaffen. Ein paar Stellen sind da drin, aber die Maschen jetzt gehen. Direkt ein Fleck ins Hemd, wie man so schön sagt. Das ist ein Fleck. 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 Das sieht so gut aus. Das ist ein Fleck. 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 Das ist ein. Okay. Gut aus bisschen. Und fast. Wir haben es fast. Oh boah. Kampfbisschen. Oh. Frei aus. Das sieht gut aus. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Bis hin vor. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Oh. 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 und knapp schneller hoch und let's go so weit zu gut so weit zu gut so weit zu gut gut aus und mit der feld mega schnell eingestellt und nicht auf der Stelle so was druckt dann minimal für verwirrung so weit zu gut gut so weit zu gut So, wird gut aus, haben wir es geschafft, soll auch passend zum Folgenende würde ich sagen, aber ich freue mich schon mal von euch verabschieden, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Dünnchen da, denn ich bin raus, tschau tschau, sagt euer Yasuo.